Jeder von uns hat das Verlangen nach einem passenden Zuhause. Ein Zuhause, in dem wir uns wohlfühlen, in dem wir uns sicher fühlen, in dem wir Platz für die ganze Familie haben. Ein Zuhause, in dem jeder Tag lebenswert ist. Genau das haben wir zu unserer Aufgabe gemacht. Wir sind die Kreisbaugesellschaft Tübingen und seit mehr als 80 Jahren tragen wir mit unseren Neubau- und Modernisierungsprojekten zur Gestaltung des Landkreises Tübingen bei und schaffen dadurch bessere Wohnbedingungen für die Menschen vor Ort. Zu unseren erklärten Zielen zählt neben der bedarfsgerechten Wohnungsversorgung eine genauso umfassende Betreuung der Immobilien durch unser erfahrenes Mitarbeiterteam. Unsere Aufgaben sind vielseitig. Neben unserem Kerngeschäft der Bewirtschaftung von rund 2200 Mietwohnungen widmen wir uns in erster Linie der Realisierung von zeitgemäßen Neubauwohnungen und der Projektierung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen. Auf diese Weise tragen wir maßgeblich dazu bei, das Wohnraumangebot im Landkreis Tübingen kontinuierlich zu verbessern. Bei uns steht kompetente Beratung an oberster Stelle. Unser Ziel ist nicht nur, Wohnungen zu vermitteln. Wir bieten Wohnungskäufern moderne Eigentumswohnungen zur Selbstnutzung oder als Kapitalanlage zum Kauf an. Mietern und Wohnungssuchenden helfen wir bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung. Auch Eigentümern stehen wir bei der fachmännischen und wirtschaftlichen Verwaltung ihrer Immobilien zur Seite. Außerdem unterstützen wir Kommunen bei der Planung und Realisierung städtebaulicher Konzepte sowie Infrastrukturmaßnahmen und übernehmen auf Wunsch die Baubetreuung. Wir übernehmen Verantwortung. Wir sehen uns der sozialverträglichen Wohnraumversorgung und der energetischen und städtebaulichen Nachhaltigkeit gleichermaßen verpflichtet. Dazu trägt jeder Einzelne bei uns bei und geht auf ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche ein. Wir haben ein Netzwerk mit den besten Ordnern. Unsere Projekte verwirklichen wir in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden im Landkreis Tübingen. Die Planung und Baudurchführung liegen dabei in unserer Hand. In Kooperation mit namhaften Architekten und Ingenieuren realisieren wir regelmäßig zeitgemäße Objekte mit besonderem Wohn- und Wohlfühlwerten. Wir möchten für die Menschen unseres Landkreises nur das Beste. Wir möchten Wohnungen schaffen, in denen sich Menschen aufgehoben fühlen und ein Zuhause finden. Weil jeder von uns ein passendes Zuhause braucht.